wie geht mir ich muss noch mal nach video machen wir haben jetzt ein paar fotos für euch hier gemacht hier da und dort jetzt geht die mir mal seit ungefähr 20 minuten auf den sack und sagt lasst uns irgendwo hinsetzen ich will mich nicht hinsetzen aber lass uns doch irgendwo hinsetzen weil mein t-shirt da 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 muss erst mal muss erst mal trocknen jetzt kommen wir hier kommen wir haben ja noch mal ein video kurz jetzt eben gemacht so pass auf und dann sagt die truller die ganze zeit komm setz dich hin ich sage nein ich will mich nicht hinsetzen ich sage nein wegen meiner weißen hose ich habe da keinen bock drauf ja da sagt ich kann ja auch ein taschentuch geben das habe ich die ganze ich hast du am apple oder was ich will mich nicht hinsetzen wann kapierst du das denn jetzt endlich und die lacht sich hier voll auf meine kosten wieder schön stehe ich einen ab volles programm volles programm ja hier hier guckt euch ja 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 hallo das ist klar ach komm wir machen doch mal hallo hier vom hollywood sein mach mal ja guck mal wie schön sie winken kann nee aber wie gesagt ganz kurz noch mal im hintergrund da ist la downtown da seht ihr es jetzt hör doch mal auf mit der scheiß ich will doch ich will doch mal hör doch mal auf zu winken ich will doch nur mal so jetzt einfach mal ich will doch kommen bevor ich hör doch mal jetzt auf einmal kurz so guck mal schön guck mal ist das schön so leute nur für euch wie gesagt noch mal im hintergrund so romantisch aber er will sich nicht hinsetzen ich will mich nicht hinsetzen ich hab da keinen bock drauf dann musst du den leuten jetzt auch nicht wieder verraten ihr wir haben jetzt das zweite video gemacht und ich habe dir natürlich gesagt dass ich mich nicht hinsetzen will dann musst du da nicht noch mal untermoren dass ich mich nicht hinsetzen will du verschimpfst gleich die fliege ne warte mal komm doch mal den hollywood komm mal oh leute leute wenn ihr wie gesagt mal hier seid müsst ihr diesen weg hier müsst ihr gehen komm troller geh mal aus dem bild jetzt da da kommen wir nein gottes willen ich lache dich doch nicht aus so komm jetzt ist aber feierabend das wollte ich euch nur erzählen jetzt pass auf wenn der video gleich aus ist dann sagt er wieder komm setz dich doch jetzt hin ja jetzt darfst du auch winken jetzt darfst du auch winken so aber ich setz mich trotzdem nicht so tschüss auf wiedersehen sag tschüss tschüss